Is. Ich habe keinen Hunger. Findest du das witzig? Hau ab! Raus von hier! Ich sagte Is. Gut. Gutes Frauchen. Die Macht hier ist immer noch in meiner Hand. Gutes Frauchen. Manchmal kann aber die Macht von einem einzigen Knochen zerstört werden. Was hast du gesagt? Ich möchte mal raus aus dem Haus für eine Weile. Einkaufen gehen. Warum? Warum? Sag's mir. Um Fleisch ohne Knochen zu kaufen. Du hast eine Stunde. Aber ein Bodyguard wird dich begleiten. Ich brauche deine Bande nicht. Das steht nicht zur Diskussion. Verstanden? Wer? Dylan. Das war das erste Mal, dass ich eine echte Chance zum Fliehen bekam. Und dieser Bodyguard war das einzige Hindernis zwischen mir und meiner Freiheit. Mein Name ist Lana und das ist meine Liebesgeschichte. Weißt du, was das ist? Das kann dich sehr reich machen. Ich gebe es dir, wenn du mich freilässt. Nein. Setz mich einfach an irgendeiner Straße ab und sag meine Mutter, dass ich an einer Tankstelle weggelaufen bin. Das sind hunderttausende Euro hier. Du kannst für den Rest deines Lebens nichts tun und glücklich sein. Ich sagte nein. Bitte. Hilf mir. Ich kann das nicht mehr ertragen. Du hast gesehen, wie er mich demütigt. Das geht mich nichts an. Sieh mich doch an. Sieh mich an! Sieh mich an! Es wird nicht lange dauern, bis ich ihm hinter auf seiner Villa begraben liege. Zusammen mit seinen zwei Exfrauen. Weißt du, war sein ganzes Geld versteckt? Ja! Ja! Gestohlenes Geld, Schmuck, Antiquitäten. Ich kenne den Code für den Safe. Du kannst dir alles nehmen, was du willst. Okay, ich helfe dir. Aber im Gegenzug wirst du mir sagen, wo ich diesen Ort finden kann. Du hast eine Minute, um deine Sachen zu packen. Ich war bereit, alles zu tun, um aus diesem verdammten Haus rauszukommen. Nicht ahnend, wer dieser Leibwächter wirklich war. Wir waren tagelang ohne Pause auf der Flucht. Hielten nur für ein paar Stunden in Motels am Straßenrand an. Ich frage mich, warum eine kleine, größe Mäuse wie du in diesem Zeitraum immer so still ist. Nice, Babe. Wir reden später. Auch wenn er kein einziges Wort sagte, zeigte er ständig seine Sorge um mich. Er war der Erste, der das tat. Und der Einzige. Wo warst du denn? Ich habe uns etwas zu essen gekauft. Was ist los? Was los ist? Ich sagte doch, du sollst nicht rausgehen. Hast du eine Ahnung, was er dir antun wird, wenn er dich findet? Seit wann interessiert dich, was mit mir passiert? Weil ich dir zur Flucht verholfen habe. Oder vielleicht hast du einfach Angst, dass du ohne mich nicht den Ort finden wirst, wo er sein Geld versteckt. Das hat nichts damit zu tun, okay? Ich bin sicher, du kümmerst dich um mich. Nur damit ich meine Meinung nicht ändere und dir alles erzähle. Oder gibt es einen anderen Grund? Wir verbrachten die Nacht zusammen. Es schien, als hätte ich mich in seinen starken und warmen Händen zum ersten Mal im Leben sicher gefühlt. Du bist wach. Guten Morgen. Guten Morgen. Hör zu, wir müssen reden. Darüber, wie viel Geld in diesen Koffer passt? Schau. Sei stell. Hallo, Chef. Wo ist sie? Sie ist weggelaufen, als ich sie in den Laden brachte. Anscheinend ihr beide? Na ja, ich wusste, dass du mich dafür umbringst. Dylan, 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 mein Bruder. Du bist doch mein Bruder. Ja. Ja, das war's. Bring ihn in den Wagen. Jetzt hätte ich überall hingehen können und frei sein. Aber ich wusste, dass ich Dylan nicht zurücklassen konnte. Ich musste zurück zu diesem verdammten Haus. Es gab keine Wachen vor dem Haus, also kam ich leicht hinein. Mein Mann schickte wohl alle seine Mafiosi auf die Suche nach mir. Oh nein. Sei leise. Ich werde dich hier rausholen. Warum bist du zurückgekommen? Es könnte eine Falle sein. Nicht so laut. Die Wachen sind nicht hier. Komm schon. Komm schon. Willkommen zu Hause. Ich wusste, du würdest deinen Retter nicht verlassen. Versteck dich nicht, Baby. Keine Sorge. Ihr werdet für immer zusammen sein. Was wirst du mit uns machen? Oh, ihr werdet Teil meiner Verrätersammlung hinter dem Haus. Gleich beim See. Also, dort versteckst du sie alle, ja? Versprochen, ich begrabe euch zusammen. Gefällt's euch? Ihr werdet zusammenbleiben. Was gibt's zu lachen raus mit der Sprache? Zwei Jahre, Kiel. Zwei ganze Jahre harte Arbeit, Verstellung, Erpressung und Einschüchterung. Und jetzt hast du endlich alles selbst ausgespuckt in einer Minute. Danke. Ich kenne alle deine Tatort und das sieht nicht wie eine Waffe aus. Wovon redest du? Du kannst nicht weglaufen. Das Haus ist umgestellt. Boss, da sind die Bullen. Überall. Wir sollten verschwinden. Stopp, da. Froy, mach das Auto fertig. Was? Alles ist vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Warum? Warum hast du nichts gesagt? Es tut mir leid. Ich dachte, dass es das Wichtigste für mich wäre, diesen Fall zu lösen, aber es stellte sich heraus, dass es das Wichtigste war, dich zu finden. Vergesst nicht, Macht zu seinem eigenen Vorteil auszuüben hat noch nie jemanden glücklich gemacht. Liebe auf der anderen Seite ist die Belohnung dafür, dass man genug Stärke hat, einen anderen zu retten. Heute 안녕 ihr好不好st. Alles polarne Untertitelung im Auftrag des ZDF套 Vielen Dank.